Hallo, mein Name ist Alexander Wormit. Ich habe hier den Intensivkurs bei Tisha Tutor absolviert und trotz der eher geringen Stundenzahl, die ich gebucht habe, fühlte ich mich danach doch etwas sicher in der thailändischen Sprache. Ich habe also die Systematik sehr gut vermittelt bekommen, sowohl ein bisschen lesen, schreiben, verstehen, sprechen gelernt und es wurde bei diesem Intensivkurs auch speziell auf meine Wünsche eingegangen. So bin ich hier als Medizinstudent im größten Krankenhaus vor Ort und Tisha und ihre Lehrer haben mir ein spezielles medizinisches Vokabular vermittelt, was ich sehr gut fand. Und ich denke, dass ich nach diesem Intensivkurs, der auch sehr viel Spaß gemacht hat, auch noch weitere Kurse hier legen will in der Zeit, in der ich hier bin. Ich hoffe, ihr entscheidet euch für Tisha Tutor, falls ihr Thailändisch lernt und wünsche euch viel Spaß. Sabarika, auf Wiedersehen.